Ich brauche meine Frau Wende, wir haben keine Mühe im Grunde genommen. Der Neldeswert ist auch noch, dass das erste Konzept ist, dass unser neuer Vorschein geplant und umgesetzt hat. Vielen Dank nochmal an unser Freigestirer. Ich bin ja noch ganz gut. Ja. Applaus Jetzt kommen wir aber wirklich zum letzten Stück. Wir haben uns ein Stück auch von einer Band, wo es einige Fans von uns im Orchester gibt. Und zwar ist es die Band Heshbanger. Die Schweizer Band ist nicht nur für ihre liebfeilenden Aufgriffe und ihre einzigartige Mischung aus modernen Feeds und traditioneller Blasen, nicht bekannt, sondern auch für ihren einzigartigen Humor und ihre schlagwerdenden Texte. Da wir von uns heute keinen Text hören werden, haben wir uns ein bisschen was anderes ausgedacht, um die Stimmung der Textwängler zu Ihnen bringen zu können. Viel Spaß mit unserem letzten Stück. Fahre damit! Applaus 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018